Hallo und willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Hütte-Kanal. Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal einen Simulator, nämlich Eurotruck Simulator. Ich gehe direkt auf neue Spiele und wir suchen uns erstmal irgendeine Lippe aus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute Explosion und wir spielen heute ein neues Projekt. Das ist nämlich Minecraft Hardcore. Langweilig. Ahä, war Zucker. Ahä, war Wasser. Ahä, Zucker, Wasser. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal einen Simulator, nämlich Eurotruck Simulator. Heute schauen wir uns an, wie ihr diese wunderschönen Kosmetik sammeln könnt. Nikol. Der Ball passt kaufen. Also kaufen jetzt. Ja, bevor wir anfangen, kannst du auch gerne den Kanal abonnieren und das Video liken, da wir auch wieder kurz vor den 500 Abonnenten sind. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir, wie man Optify installiert. Und ich bin hier schon direkt mein Browser. Minecraft Underworld. Und heute spielen wir mit Otto und meinem Bruder. Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind hier zu dritt heute in einem anderen Spiel, nämlich nicht Minecraft, nicht Verordnet, sondern mal Roblox. Ich bin dabei zu meinem kleinen Bruder. Und er hat gefragt, ob ich ein Haus bauen möchte. Ich möchte ein Haus auf jeden Fall bauen. Mein Bruder hat sich hier schon mal was gebaut. Es geht ab, meine Freunde, herzlich willkommen zur neuen Staffel Co-Affetick. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you give it away. Ich bin auf der Klassenfahrt, das bedeutet, es kommen dafür täglich Videos. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf Co-Affetick. In der heutigen Folge werden wir auf jeden Fall noch die Druck einig zu erweitern. Und nicht eines haben, ich hatte ein Ding vergessen. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal.